Monatelang versuchte Katrin, Carlos loszuwerden. Mit dieser schrecklichen Wendung hat sie dabei nicht gerechnet. Achtung! Es folgen Spoiler! Gute Zeiten, schlechte Zeiten? GZSZ Wer hätte gedacht, dass es bei GZSZ einmal so weit kommen wird? Die Fede zwischen Katrin, Ulrike Frank und Carlos, Patrick Fernandes, nahm in den vergangenen Wochen üble Ausmaße an. Um sich an seiner Chefin zu rächen und ihr WL wegnehmen zu können, griff der Baudirektor auf unlautere Mittel zurück. Die Brandstiftung auf einer Baustelle gehörte dabei noch zu seinen harmloseren Taten. Denn Carlos erpresst Katrin und seinen ehemaligen Freund Tobias, Jan Kittmann, sollte die Unternehmerin ihre Baufirma nicht freiwillig zu einem Spottpreis an seine Komplizen Rosa Lehmann, Joanna Schümer, verkaufen, wird er dafür sorgen, dass Tobias im Gefängnis landet. Katrin gibt schweren Herzens auf. Bei der WL-Weihnachtsfeier kommt es im Machtkampf zwischen Katrin und Carlos zum Showdown, der Baudirektor konfrontiert sie mit seiner Erpressung. Zudem taucht auch noch Rosa Lehmann auf und unterbreitet ihr ein Angebot für ihre Firma. Lächerliche 7,5 Millionen Euro bietet sie Katrin für WL. Im Gegenzug dafür wird das Unternehmen keinen Imageschaden davontragen und Tobias, nicht wegen der angeblichen Anheuerung von Schwarzarbeitern, sowie der vermeintlichen Erpressung von Sula, Arman Keschani, angezeigt. Katrin sieht sich mit der wohl schwierigsten Entscheidung ihres Lebens konfrontiert. Wird die Wahl zugunsten von Tobias ausfallen oder ist ihr ihre Firma wichtiger? Nach zahlreichen Gesprächen mit ihrem Gatten sowie Gerner, Wolfgang Barrow, steht Katrins Entschluss. Sie stimmt dem Verkauf von WL schweren Herzens zu. Während Katrin alles für die Übernahme durch Rosa und Carlos vorbereitet, glaubt Tobias noch, dass sie mithilfe von Gerner einen Ausweg aus der verzwickten Situation finden können. Um ihm ein schlechtes Gewissen zu ersparen, hält Katrin den geplanten Verkauf vorerst vor ihm geheim. Doch dank Alicia, Josefeng Bressel, erfährt er dennoch kurz vor dem Termin davon. Gerührt von Katrins Entscheidung und Liebe für ihn, steht er ihr unterstützend bei. Gemeinsam geben sie die Übernahme zudem vor dem gesamten Team bekannt. Eine Ära geht somit zu Ende.